Was ist das für eine Runde, Alter? Ich verstehe gar nichts mehr. Spiel ich nicht noch Tarkov? Hm. Ich bin euer Gansshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Kurz gucken, ob vorne aus dem Bunker einer rausläuft. Ja, ja klar. Oder wir nehmen die Baracken halt wegen Scaves, ist mir egal. Oder erstmal Raider und dann Scaves gucken. Das sind schon ein bisschen wichtiger, oder? Naja. Ich wurde geschossen? Ja, hab ich gehört. Ein einzelner Schuss. Ja, leichte Arm weg. Okay. Hier von, äh, geradezu wo ich gucke in die Richtung. Entweder ist er da oben vom Berg gekommen, oder hängt er an dem Tor? Ja, der Spawn hier ist kacke. Wer von euch Granaten? Ich hab immer eine dabei, ja. Meinst du, dass er so nah dran ist? Ja, das ist immer eine Scheiß-Patt-Situation hier. Kommst du da weg, dass wir vielleicht, äh, in Richtung von dem T90 gehen können? Ich wurde wieder beschossen. Scheiße. Da haben sie auf die eingeschossen. Wie haben wir denn hier Deckung? Können wir nicht hinten rumlatschen? Ne. Oh. Schon wieder. Alter. Aber auf euch, ne? Ja, der war auf, auf, äh, der Bunkel, glaub ich. Ja. Ja, ich glaube nicht. Der ist irgendwo ein paar, paar Meter vor mir gelandet. Kann sein, dass er auf mich war. Hast du ein Painkiller? Ja, hab ich schon geworfen. Okay. Ja, sonst versuch doch, am Rand entlang zu laufen. Und wenn er, wenn er weiter schießt, können wir ihn eventuell sehen. Und dann gehen wir am Map-Rand entlang. Genau. Er hat auf mich geschossen. Hm. Ich seh gar nichts. Oh, Junge. Das war auf jeden Fall auf mich. Moin. Au. Dein Bein ist getroffen. Oh Gott, hab ich keine Painkiller? Scheiße. Doch, hab ich. Wichser, Alter. Meine Güte. Geh mal hier rein und geh tackern. Ja. Aua. What the fuck? Arm weg, Bein weg. Was ist das denn für... Ich hab den Schuss jetzt nicht mal gehört. Ich nehm mich auch nicht. Ich nehm mich auch nicht. Cheater oder was ey? Ne, dann wär man tot. Ich hab gar nichts gehört. Das ist echt weird. Ja. Ich komm raus. Ich hab die Schüsse aber gehört. Also außer den letzten jetzt. Nicht blocken. Ja. Sorry. Das war... Wegen hinknien kam ich nicht weg. Alles gut, alles gut. Wär aber schon ein sehr ordentlicher Schuss bis hierhin. Jo, mit Englut. Ja gut, er muss dazu sagen, getötet hat er ja noch keinen, ne? Oh. Schon wieder backen, Leute. Ist wahrscheinlich recht. Ja, sitzt einer drin. Ist er tot? Ne. Aber ich hab vier Heavy Bleedings. Oh. Was ist er denn? Oben, glaub ich. Er ist runtergesprungen? Hä? Oder was hat der gemacht? Ne, gar nichts. Ich hör nichts. Ich hab einen Schuss gehört, ja. Oder es war ein Schuss. Fuck, mein Thorax ist weg, ey. Der bewegt sich auch kein Stück gerade. Genau. Du hörst ihn? Granate, zieht er? Scheiße, ich geh hier drauf, ey. Komm, passt bei dir? Okay, ist ein anderer Spieler. Ist weggerannt. Ich bin tot. Einer geht hier auf den Turm gerade. Der Spieler, den ich eben gesehen habe, geht auf den Turm. Warum? Warum hab ich Energieprobleme? Lull. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ruhig. Es sind zwei unterschiedliche jetzt. Ja. Einmal der, der hier oben hängt. Und der Dude. Der ihn jetzt gerade vom Tower aus in die Mangel nimmt, wie ich scheint. Der rennt jetzt weiter. Null. Egal, ich lass mich auch mal kurz töten. Der ist tot. Wie kann der hin? Der hat den Dude mit seiner Sniper weggemacht? Ich weiß nicht, guck doch mal, wer ihn getötet hat. Mobilfrosch. Mit der Mohsen, ja? Das war der Schuss? Wie hat er den denn vom Tower? Ach, hier ist der Tower. Der hat den von da oben hier hocken sehen. Ja, aber wer geht die nicht looten? Du scheiße, nee. Wer geht die nicht looten? Wahrscheinlich nicht. War das mit der Mohsen? Ja, ja. Mit der Mohsen hat er erschossen. Warte. Da. Und der Yamaha hat Dings getötet. Euch. Mobilfrosch. Hosen Infantry. Ich glaube, das war auch der, der uns beschossen hat. Weil, ähm, das, was mir das Bein weggeschossen hat, war, äh, hier diese Mohsen FMJ Ammo. Ja, mhm. Also, diese ganz beschissene. Mhm. Der war auf jeden Fall, also, ein Ninja. Im Laufe. Ja, vor allem, dass wir den nicht gesehen haben. Das finde ich ganz, das, das komische. Weil, ich meine, wenn er mit einer Mohsen Infantry, also mit Ironsides auf uns schießt, dann müssten wir den doch eigentlich sehen. Das war weird. Ja, ruhig. Oh, sorry. Okay. Alles gut. Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber, wär noch nice, wenn du meinen Kram irgendwo hin... Ich... ... bin hinversteck gekommen. Ja, ich leg dir direkt unten, wenn du rausgehst. In den Container. Und ich bin im Eingang. Okay, warte mal. Ja, und da hinten in den Raum rein oder so. Oh, du hast keinen Rucksack mit, Mann. Mhm. 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 Äh? Äh? Nur ein Wichser. Ja. 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 Wie komme ich an Diablo ran? Da draussen, rechts und links liege ich. Ach ne, 0,1. Warte mal, hat der den Rucksack wieder mitgenommen? Ne, der liegt da in der Tür. Gani soll den Rucksack nachgucken, damit er ihn von oben da wieder wegsnipen kann wahrscheinlich. Ich denke der ist wieder auf diesen Turm hochgelaufen. Ne, er kommt. Ja, er kommt. Ich drehe dich zur Tür langsam. Links. Oh, das war ein... ...fucking Spielerskampf. Oh. Boah, wer hat den Rucksack da hingeschmissen? Ja, er hat sich selbst gesprengt. Was ist hier los? Das ist für ne Runde, Alter. Der ist richtig cursed, Alter. Hä? Ja, er hat ja keinen Bock mehr, also das ist... Ne. Das muss man grad nicht verstehen, oder? Ne, ich versteh grad nix mehr. Spiele ich denn noch Tarkov, oder? Da ist auf jeden Fall ein Statement. Da ist auf jeden Fall ein Statement. Da kommt noch einer. Das ist jetzt ein normaler Scav. Hm. Hm. Der ist. Runter weg. Geht in den Bunker. Da ist der Loot, Junge. Was willst du hier oben? Da. Ja, scheiß drauf, Alter. Ist jetzt egal. Schnappt ihr das Zeug von denen da oben, oder hattest du das schon? Habe ich schon. Ja, guck mal den Rucksack da rein. Aber guck vorher hoch zu dem Turm. Da oben legt ihr den Rucksack direkt bei der Tür hin. Ja, oder so. Ja, genau. Inspekt. Da ist die Granade drin. Explodiert, wenn du dich suchst. Das ist nicht dein. Das ist nicht dein. Das ist ein Cheater, Alter. Ist das verwerflich, dass ich das jetzt nehme? Ja. Das ist scheißegal. Wie Diablo einfach ja sagt. Ja, klar. Er meldet das dann und dann kriegst du einen Firmabahn, Junge. Ja, aber gar nichts gemacht, Alter. Wieso legt der dir da Fressen vor die Tür? Oh, guck mal. Oh, ich brenne. Ich bin gleich tot. Warte, pass auf. Das reicht nicht. Er kann doch das Leben meiner Kameraden nicht mit zwei Grafikkarten aufwiegen. Ja, die hast aber mit Freude strahlend genommen, mit offenen Händen. Verräter. Verräter-Sache. Vor allen Dingen hat er den ja da ja auch wirklich genau so hingelegt, dass... Ich den sehe, ja. Dass du den Rucksack da langrollen siehst, aber ihn nicht. Ja, ja. Also das klingt mir nicht so, als ob das ein Zufall war. Der macht jetzt wahrscheinlich Spaß draus und beobachtet mich, wie ich hier wie so ein Lemming... Ja. Ja, der kehrt dich direkt am Exit. So richtig. Der soll sich freuen, dass er zwei Grafikkarten gefunden hat. Und dann vermies ich ihm den Tag. Ja. Der ist ja auch immer nur in die Gliedmaßen geschossen. Nö, Platz. Oh wei. Oh wei. Fickt euch. Loll. Wir sind drüber oben rennen. Nein. Wuhn, 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 wuhn. Wuhn und Zucker. Ok. Auch wieder weg. Weiß immer gar nicht, was die gegen mich haben. Ich schreibe mich an, die beleidigen mich. So und jetzt kommt der Moment. Das glaube ich doch jetzt nicht, Alter. Keine Ahnung. Es tut mir so leid für euch, ne? Ich weiß nicht, was da abgelaufen ist. Alter, das war so weird. Weirdest Moment ever. Alter Schwede. Warte, ne Runde. Hau mich weg. Auch noch nie erlebt. So ein Scheiß. Aber danke für die Grafikkarten. So bescheuert, ey. Ich traiere dich. Ich traiere dich. Wiracağım zur Betindern. Und jetzt fast zurück die cautelar. Und jetzt sein gleichmäßig.